Willkommen bei zur Vorschau. In diesem Video besprechen wir den die besten Winterreifen im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen die besten Winterreifen im Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Godia Ultra Grip. Der Ultra Grip 9 von Godia setzte sich als bester Winterreifen in der Variante 205 60 R16 durch. Unter anderem überzeugte es durch seine hohe Kraftstoffeffektivität, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie gute Fahreigenschaften auf Eis und Schnee sowie auf feuchten Fahrbahnen. Die Gemischung sowie das Konto haben ebenfalls einen sehr günstigen Einfluss auf das externe Rollgeräusch. Mit 68 dB ist dies deutlich leiser als viele andere Reifen auf dem Markt. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Hankook Winter. Hankook liefert seine W320 Winter-Saison-Reifen in zahlreichen Größen wie 225 55 R16, 235 Schrägstrich 40 Schrägstrich R18 oder wie hier in der Prüfung als 215 Schrägstrich 50 Schrägstrich R17 Reifen. Dies ist ein ausgezeichneter Hochleistungs-Wintermonatereifen, der gute Werte bei jedem Wetter offenbart. Dank der modernen 3D-Lamellentechnologie nutzt er eine sehr gute Fahrsicherheit und exzellenten Grip aufreisen. Das Modell konnte mit seinem relativ kurzen Bremsbereich Klasse E sowie der tollen Kontrolle zusätzlich auf Schnee für Mut halten. Auf Platz 3, haben wir die Michelin Alpine 5. Der Winterreifen Schrägstrich 55 R16 von Michelin war der teuerste in der Prüfung, aber zufrieden mit seinen tollen Fahreigenschaften sowie einer ausgewogenen Gemischung, die sowohl auf komplett trockenen als auch nassen Fahrbahnen sowie auf Eis und auch schnell gut funktionierte. Sonnenblumenöl wird in der Mischung verwendet, was die Befestigung bei niedrigen Temperaturen noch verbessert. Die vielen Schlucke im Konto ermöglichen eine gute Traktion auf Schnee und minimieren auch das Aquaplaning-Risiko deutlich. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Nokian WRD3. Als preisgünstiger Winterreifen im 255 R16 Kurs bietet Nokian den besonders teuren Modellen von weithin bekannten Markenherstellern eine preisgünstige Wahl. Insgesamt bietet das Nokian Modell gutes Fahren, Anhalten sowie Traktionhäuser auf Eis und auch Schnee. Vor allem auf nassen Fahrbahnen hatte der Reifen die Fähigkeit, viel teurere Modelle zu überholen. Wenn Sie nur gelegentlich im Winter fahren oder wenn es selten Schnee gibt, wo Sie leben, können Sie Geld sparen. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Continental Winterkontakt. Der Wintermonatereifen 255 R16 von Continental durfte sich als Prüfungssieger in seiner Klasse behaupten. Es zeigte hervorragende Traktionwohneigenschaften auf Schnee, die wegen der S-Grid Profilrahmen ist. Insgesamt konnte er mit sehr gutem Handling auf Schnee überzeugen. Das Pover-Siepes-System verbessert ebenfalls die Trockenhandhabung. Aktive Brand wirkt sich positiv auf den Bremsbereich aus, was zu extrem kurzen Bremswägen in der Prüfung führte. Dies erhöht die Sicherheit im Vergleich zu leichten Reifen. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.